hallo ihr siehst und puffis ich bin's aber jurassica parker mal wieder live aus berlin und der clausie der hat hier so ein ding gekauft wie heißt das vr brille oder so vr brille hat zehn euro gekostet ist also richtig gute qualität aus china und da hat der clausie sein iphone jetzt vorne reingemacht und da hat er gesagt hat er mir ein süßes spiel gekauft und zwar ein horrorspiel ich weiß noch nicht so genau also ich werde euch das gleich auch nicht mehr hören oder geht denn es hat auch keine brille für wimpern ne warte mal oh gott ok ok so und was muss ich jetzt machen ich beschreibe euch wo ich bin ich bin in einer alten irgendwie so eine alte villa in so einem raum und das sind überall so komische was ist das so ein riesiger was ist denn das auch ein umgekippter blumentopf so und ja ok entschuldigung ich bin gerade in eine blume reingelaufen ich will da gar nicht lang und immer mich irgendwo lang so ich muss mit der treppe hier hoch gehen wahrscheinlich ne klausi ja ok so da gehe ich jetzt hier mal die treppe hoch hoch was ist denn wirklich warum ist jetzt die taschenlampe angegangen jetzt bin ich die treppe hochgegangen bin jetzt auf so einer galerie die taschenlampe an es ist dunkel es ist gruselige musik oh gott jetzt bin ich auf den treppenabsatz überall stehen hier diese ich laufe jetzt hier wo muss ich denn lang da ist eine ganz dunkle tür ich will da nicht reingehen ich will da nicht reingehen ich will da nicht ich will da nicht reingehen jetzt bin ich die treppe ausversehen runtergegangen ok ich will da nicht in die tür reingehen da ist bestimmt was ganz schlimm ist man kann sich auch nicht die augen zu halten ich traue mich nicht weiter ich traue mich nicht weiter da schreit jemand jetzt schreit jemand hilfe ich trau mich aber nicht mich dahin zu drehen ich guck gerade auf eine wand eine sehr schöne tapete ist es gerade eine frau um hilfe geschrien wahrscheinlich muss ich mich jetzt nach da drehen dann sehe ich irgendwas aber ich traue mich da nicht hin bis jetzt der läuft aber die ganze zeit der soll einfach mal stehen bleiben ok ich guck da jetzt hin da war gar nichts ok hier sind offene fenster hier wie im gardinen ich bin in einem wie bin ich denn jetzt ok ich laufe einen gang lang hier sind überall ratten ich bin im kreis gelaufen wo bin ich denn jetzt ich bin falsch gelaufen ich schwitze wie ein schwein da bist du die tür hier falsch klausi oder was da musst du andersrum gehen ok also nochmal da ist aber nichts ich bin jetzt hier schon voll der voll profi ich laufe hier einfach durch wie mega pro ach so da muss ich jetzt klopft es irgendwo oh gott es klopft ich möchte nicht ok jurassica es ist nur ein spiel ordelmusik setzt ein ich höre klopfen und knarren laufe einen gang ich bin wieder da oh gott das ist furchtbar da war jemand gerade vor meiner kamera äh vorher da müsste ich das noch weitermachen das ist dann wirklich das ist wirklich schlimm oh gott ich bin ja vorhin schon da ist wo nicht irgendwas da war nicht ok wie lange geht denn das noch ich kann das nicht weiter spielen wirklich da war gerade ein zombie es war gar nicht es reicht jetzt klar sie nimmt sich hier bitte ab ich möchte nicht das macht einem wirklich Angst also das macht wirklich Angst das hätte ich nicht gedacht das ist wirklich extrem bruselig aber ich muss auch sagen ich erschrecke mich auch in einer geisterbahn ähm vielen dank dass ihr zugeguckt habt das war ein ganz ganz süßes kleines video von mir wer mich total witzig findet der sollte mir folgen auf youtube auf instagram facebook und sonst überall auf snapchat natürlich auch at jurassicaparker findet ihr überall bis dann ihr süßen Leute Byeiii Sharing is caring